ich weiß ich weiß ihr habt mich vermisst ich habe ich auch keine sorge aber das reg Olha jetzt wir haben was ganz neues wir haben was ganz 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 neues ist erst diese woche rausgekommen featuring Eицite Eichai Tracy rain okay ich erwarte großartiges ich muss habe gesagt ich hab schon mal gehört ich habe schon mal gehört muss ich ehrlich sein es ist extremst geil aber ich muss euch zeigen okay dass ist nämlich ein still ich schon gezeigt haben ein anderes Video Und AJ Tracy, einer der besten Künstler zur Zeit in England, in der United Kingdom und fuck it. Wieso labern wir viel drauf rum? Ich bedanke mich für den ganzen Support und wir fahren den ganzen Scheiß an jetzt. Let's go. Der Beat. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der Beat ist etwas, was mich einfach nur... Eik, Kaliente macht. Den kennen wir ja schon, den jungen Mann, den kennen wir ja. Walk one, okay? Walk one ist so ein Wort, das kennt man nur, wenn man drüben gelebt hat. Oder bis so sehr lange Zeit drüben war, Mann. Walk one... Walk one nennst du irgendeinen Typen auf der Straße, irgendeinen Random Dude oder dein Kumpel kann es auch Walk one nennen. Was es bedeutet, keine Ahnung, niemand weiß es, glaube ich, aber jeder sagt Walk one in England. Walk one, es ist, es ist, es ist, es ist, ja... Straßensprache, Straßensprache, wenn man es so sagen möchte. Aber ich meine, der Beat bis jetzt, übertrieben hart, Mann. Girl, why you wet? Also, wieso bist du nass? Wieso bist du feucht? Keine Ahnung, muss wohl Regen sein. Ey, ey, der Beat. Das ist ja nicht unbedingt Text, extrem geiler Text, aber halt, der Flow. Hey, ey, 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 ey. Das ist so gut. Die beiden Flones sind so geil auf dem Beat. Auch ein bisschen zu erklären, was ich mit Raid, also Regen in diesem Sinne mache. Das wäre die genaue Übersetzung von Rain. Raid in diesem Sinne, so wie ich im Text verstehe, ist einfach das Geld, das sie haben. Es regnet die ganze Zeit, von der linken Handgelenk zum rechten Handgelenk. Alles ist Regen, alles ist halt dripped out. Geld ist da, Mann. Keine Ahnung, Uhr, Diamant, Uhr links, rechts, oben, unten, Gucci an, was auch immer. Auf jeden Fall Regen. Das hat einfach nur mit Geld zu bedeuten. Die haben eine Menge Geld, wieso bist du nass? Mädchen, Mann, das ist das ganze Geld. Das ist der Lamborghini, den ich hier habe, Baby. Float halt extrem geil. Wie der Beat da aussetzt? Wie der Beat da aussetzt? Er sagt, er sagt, er sagt, ich gehe die Fútbolze zurück. Tutu Penguins, give me, give me stress, I delete them both, I'm so indecisive. Oh, Penguins, das hatten wir schon im früheren Video. Penguins sind meistens so eine Frau, die extrem, die du extrem heiß findest. Extrem geil. Penguern, Pengting. Er sagt hier, zwei heiße Frauen geben ihm halt Stress. Und hat sie einfach beide gelöst, weil er braucht den Stress nicht. Er braucht den Stress nicht, er kann sie nicht entscheiden. Er ist so, er kann sie einfach nicht entscheiden, er braucht den Stress nicht. Fuck it. Fuck it. Ich brauche sie nicht. Ich habe genug andere. Ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht. Ich brauche sie nicht. Der Beat ist geil und wie gesagt, AJ Tracy ist einer, der schon länger bekannt ist in der technischen Szene und mein Lieblingssong letztes Jahr rausgehauen hat. Das zeige ich euch auch nochmal. Das kommt auch irgendwann mal, kommt mein Lieblingssong, was ich euch mal vorstelle. Bei einer Kennstuhl-Folge. Aber AJ Tracy ist extrem geil. Sein Flow ist extrem cool. Seine Texte sind normalerweise richtig, 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 richtig geil. Seine Videos sind dope. Er ist dope. Extrem geil. Und AJ, über den wir schon ein Video gemacht haben, er ist neu, aber ich glaube, er wird die Szene wirklich neu igniten. Also, er ist extrem geil. Er hat extrem geil im Flow. Ich mag, wie er aussieht. Ist ein extrem sympathischer junger Mann. Seine Texte sind richtig geil. Also, seine Texte gefühlt sind besser als ich von AJ Tracy. Wenn es darum geht, was sie sagen. Aber im Großen und Ganzen sind beide extrem geil. Beat ist geil. Video ist geil. Die Typen sind geil. Das war es dann auch schon wieder für das Video für heute. Aber nichtsdestotrotz, man, lasst mal ein Follow da. Lasst vielleicht hier ein Follow auf meinen Twitch-Kanälen und so. Wenn ihr Amazon Prime habt, ich arbeite für Amazon Prime, könnt ihr mir vielleicht auch heute Twitch da was da lassen. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Click subscribe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.